Hallo, ich möchte von dieser Funktion die Stammfunktion skizzieren, nicht rechnen, sondern skizzieren. Also wie könnte f von x aussehen? Gut, und da schaue ich mir erst die Funktion an. Die Funktion ist positiv, das ist ja die Ableitung der gesuchten Funktion, die ist positiv und hier ist sie auch positiv, nur an der Stelle ist sie 0. Das heißt, ich weiß über die Funktion schon, also sie muss steigen, sie muss steigen, an der Stelle ist sie 0 und hier muss sie steigen. Steigen, steigen, 0, steigen. Jetzt schaue ich es mir aber doch nochmal ein bisschen genauer an. Hier ist die Funktion ja ungefähr 0,1, also m ist 0,1, also ganz flach. Hier habe ich 0,6, m gleich 0,6 und da wird groß, m gleich 3. Also die Steigung ist hier, so wie ich es gezeichnet habe, sondern wirklich viel flacher. Rot, rot. Steigend, aber flach steigend. Steigend, aber nicht besonders radikal steigend. Dann ist sie hier, ja, 0 und hier steigt sie deutlich. Und damit wird das Bild dieser Funktion eigentlich schon irgendwie klar. Es steigt, es ist flach und dann steigt es dramatisch hoch. Genau, die Funktion könnte ich jetzt nach oben und nach unten verschieben. Das ist eine Stammfunktion, ich weiß nicht wo die ist. Genau, und das ist hier ein mögliches Groß-F und hier, das ist mein schwarzes Klein-F. Es sind hier, aber ich weiß nicht wie hier, das ist mein Haus, hier ist mein Schwarzes Klein-F. Aber die Funktion, in der 1, also ist dein Schwarzes Klein-F.